so hier sind wir wieder hat er konnte mich gerade gemütet ist der ganze steht hier auch fertig ich war gerade kurz weg deswegen ich habe jetzt irgendwie gerade vergessen was würde ich noch machen das wollte ich machen aber auch die geile mucke läuft ich muss echt mal ein bisschen immer den der dinge kennenlernen ich bin nämlich nicht ganz sicher wieder funktionieren klappt ich muss es erst mal angucken das mache ich jetzt aber nicht dass man anders auf jeden fall eigentlich wollte ich weiß auf jeden fall dass ich etwas wollte wo ich gesagt habe entweder den mass fabricator oder oder was ja oder da wollte ich nichts machen da dringend brauche ich nicht mehr weil ich ja hier ein mese rager habe und der macht das gleiche wo habe ich denn damit gehen müssen ach komm nein das ist ja nervt so übertrieben ich wollte den pool bauen das war's ich glaube der wird erst fertig sein ich weiß ich weiß dass der zu oft viel strom verlieren kann die ganze schlossen damit auch durchgehe daran arbeitet dass hier einmal hier dann hier ein stromkabel lang hier oben lang ich weiß nicht ob das überhaupt mehr bringt also ich kann natürlich seine so vollkommen scheiße ist die ich hier gebaut habe damit sich das da und da geht was ach keine ahnung also falls jemand wundert wird das hier sein soll dass die kommen von dahin und da habe ich eigentlich eingestellt dass die ärzte hier unter den scheren gehen dann hier rein und hier rein aber komischerweise sind sie immer in diesem slot gelandet und nicht in dem was mich zu sehr genervt hat so wie baut man denn da sind die slabs ich muss mal gucken ob ich mein texture pack vielleicht noch aufhauen reicht das jetzt wird schon wieder nacht egal eigentlich müsste ich draußen so ausgeleuchtet haben dass es egal ist das ist ja noch klar von ehrlichkeit aber da hinten na doch erst mal ausprobieren das ist die frage wie groß mache ich denn denn dann muss ich noch mal kurz eine spitze ich wechsle gerade echt immer hin und hier was ich gerade mache mache ich das mache ich das ist ganz schön nervig so kann dann muss ich es wohl hier mit abbauen und ich gehe das nicht kaputt es geht tatsächlich nicht kaputt hier habe ich noch silik und damit habe ich die solaranlage noch gemacht ich hätte vorher nicht nur zwei und da habe ich mir gedacht ach baue ich einfach mal ein paar mehr vielleicht brauchen wir das ja nochmal ach komm ich bin nur am scheiße geworden ich bin mir jetzt echt mit dem sortieren ich bin mir dann eben kein so a force aufbreden schitz was ist das denn eh Ach, wie ne meins, das sieht lustig aus Da dürfen keine Zombies sein, sondern sie dürfen eigentlich nur da sein Ah, ich probiere es mal aus Ach, scheiß Immer Damage, ne? Das ist echt krass So, das Wolle ich das jetzt hier reinbauen, oder? Woolle ich das jetzt hier? Ah, ne, das wollte ich nicht Ach, Mann, ey, ist doch scheiß Ist die Frage, so ich ist Oder war ich jetzt doch da? Ich bin verwirrt Anwendet man das von draußen? Ich bin eigentlich sogar dafür, dass ich das so baue Ich kann echt nicht mit Jetpacks umgehen Ich muss damit noch ein bisschen fliegen Umweich normalerweise Ich hab das Jetpack schon übelst lange Aber irgendwie Weiß ich nicht Irgendwie komme ich damit nicht so gut klar Und manchmal, wo man das eigentlich wirklich dringend braucht Habe ich es dann immer halt einfach nicht mit Und dadurch Gewöhn ich mir das auch nicht so ganz an Ich gucke jetzt hier noch runter Ich glaube, hier ist es auch so gebaut Ja Boah, dann wird es ja übelste kleine Mini-Pool Ja, komm, ist ein Whale-Pool Whale-Pool sind ja immer nicht so groß Nach meiner Information Aber hier Oh, dann wird der Pool nicht so groß Naja, komm Wie viel ist es jetzt? Vier mal Fünf oder was ist das? Scheiße Ist ja nicht voll der fette Pool Vielleicht rede ich auch gerade ein bisschen leise Kleise Ja, vielleicht rede ich gerade ein bisschen kleise Kann natürlich sein Das liegt aber daran, dass ich Noch nicht so gewohnt bin Wenn ich Singleplayer-Let's Plays mache Das ist sehr bewöhnungsbedürftig Wenn man einfach so redet, finde ich Da werde ich immer von automatisch leiser Das werde ich natürlich probieren abzugewöhnen Ich glaube auch, dass es eigentlich ganz normal Weil Das kommt einem halt erstmal komisch vor Ich verdiene auch immer so viel Leben Obwohl ich ganz genau weiß Ich kriege von niemandem Damage Aber ich mache das immer durch das Jetpack Da muss ich echt auffassen, dass der nicht mal sterbe Oder wird Ich würde es Ja, ich könnte die Overclosure jetzt arbeiten Aber ich habe jetzt keine Bock drauf Ach komm Das dürfte ich auch erreichen Ah, dann habe ich noch Okay, jetzt habe ich noch viel zu viele wieder gebaut Typisch Eigentlich wird es so artig werden wie Wie, 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 wie Tun da half man So weißt du Weißt du, weißt du So eine kleine Strandhütte So ein kleines Aber sieht übel scheiß aus Weil hier Das ist einfach so ein Block ist Aber es mir ist auch kack egal Das sieht übel scheiß aus Deswegen muss ich das echt noch verkleiden Vielleicht gibt es da so eine Verkleidung Ich weiß, dass man das in Ruhe rummachen kann Aber ich bin mir nicht ganz sicher Ob man sowas auch rummachen kann Wie heißt es denn? Cover Cover Stone slab Cover Stone slab Fassade Cobblestone Structure pipes Gravel Das probiere ich jetzt doch glatt mal aus Weil dadurch, dass jetzt so eine Strukturpipe da drin ist Glaube ich eher Das ist nur für Diese anderen Pips Pips Pipes Natürlich Ist Wobst du mein ganzes Engweilig noch ganz viel da Irgendwo ist hier wieder verkackter Zumil Ich weiß es mehr Ich weiß es mehr Ja komm Die dort Ja komm Mach mit deinem abgang Ich mach dich nicht Ach, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt Ich lasse mich zwar von dem police ablenken Aber Ach hilarious Schöne Zeiten Hier sind nicht so viele Rohstoffe für eine goldene ja ich mache alles gleichzeitig ganz ach so man kann die ja ich das mal gewusst kräftigen natürlich blöde ist das echte ein table ernsthaft egal dann mache ich das jetzt so dann muss das also hier ja gut hier habe ich da hätte ich töte es hier so ein stellt falls sie fragen habe wie man die tüte zu einstellen einfach youtube eingeben über tüttel tüttel mining oder eigentlich so tüttel systeme da die man darauf muss man nicht so ein code eingeben damit ihr das download und jetzt man hat die ganze gänge ich mal durch ob ich noch immer rohstoffe vergessen habe ich meine ich bin ich schon mal durchgegangen hier ist sogar meine tüttel lebt noch jeder kann ich hier nicht mal jetzt strip ich glaube strip zweitig bei den drauf so habe ich das selbst genannt also wenn ich wenn ihr das jetzt ohne dass wir das programm direkt habt das bei euch geholt habt dann bringt das sehr wenig wenn ich jetzt da noch eine endert schiss mit reinbringen würde dann kann man damit ganz viel geilen shit machen aber da ist die tüttel echt nicht viel benutzer so was wollte ich eigentlich noch machen pool bauen jetzt fahr mich hier auch gut wenn ich auch nikolins brauche ich echt aber nur für aber nur für solar panels und zwar nicht für die großen sondern für die kleinen so stand die tüttel da hinten wenn sie doch schon hier so weit vorne war das wundert mich jetzt aber hier war meine lava stimmt ach jetzt ja guckt ich bin es einfach nicht gewohnt mit jetpack rum zu fliegen das hätte ich mir echt mal angewöhnen wow du arschloch du arschloch so läuft das hier nicht ja ach komm du arschloch